Liebe Mitglieder und Angehörige der RWTH Aachen, liebe Freundinnen und Freunde, heute, vor 150 Jahren, trat der erste Rektor unserer Hochschule, der damals noch Direktor hieß, August von Kaven, an das Rednerpult und hielt eine bemerkenswerte Rede. Es war die Eröffnungsrede der königlichen rheinisch-westfälischen Polytechnischen Schule zu Aachen. 150 Jahre später kann ich nicht, wie geplant, an einen Rednerpult in unserem Hörsaalzentrum Karel treten. Die Pandemie macht dies nicht möglich. Und doch haben wir uns bewusst entschieden, diesen Eröffnungstag der RWTH nicht einfach ausfallen zu lassen, sondern ihn getrennt und doch gemeinsam mit euch und ihnen zu erleben. 150 Jahre RWTH. Das ist ein Moment, an dem man gleichermaßen zurückblickt, wie nach vorne schaut. Wenn ich auf die Rede von August von Kaven zurückblicke, dann fallen mir drei Worte ins Auge, die von Kaven damals platzierte. Sie und manch andere Passage der Rede zeigen mir, wie fortschrittlich die RWTH schon bei ihrer Gründung war. Von Kaven sprach von drei zentralen Begriffen, auf denen die Entwicklung der Gesellschaft aufbaue. Bildung, Wissen und Können. 150 Jahre später lautet unser Jubiläumsmotto Lernen, Forschen, Machen. Als hätte von Kaven geahnt, dass die Hochschule in 150 Jahren viele spannende Zeiten erleben würde und doch immer ihren Ursprung und Anspruch, heute sagen wir, ihre DNA bewahren würde. Als Ort der Bildung, des Wissens und des Könnens, das daraus entsteht. Oder eben, wie wir jetzt sagen, als Ort des Lernens und Forschens und nicht zuletzt des Machens. Doch was steckt hinter dieser DNA? Was macht unsere RWTH im Oktober 2020 aus? Auf diese Frage gibt es ganz viele Antworten. Die kurze lautet, wir sind die größte technische Hochschule im Land, eine der größten Universitäten Deutschlands und seit 2007, also seit Beginn der Exzellenzinitiative, eine der Exzellenzuniversitäten. Diese Aussage steht für sich. Aber es reicht nicht. Denn die RWTH ist so viel mehr. Sie ist ein fortschrittlicher Ort mit mutigen, engagierten, auch mich im besten Sinne immer wieder überraschenden Menschen, an der immer wieder auf die kleinen und großen Herausforderungen Antworten gefunden werden. Während die Forschung Lösungen für die Global Challenges die großen gesellschaftlichen Fragestellungen entwickelt und dabei auf unseren interdisziplinären Ansatz und unser Netzwerk starker Partner zurückgreift, werden wir darüber hinaus überall an der Hochschule auch die kleinen und großen Nöte des Einzelnen wertschätzend angegangen. Das ist die RWTH, unsere RWTH. Exzellent in Lehre und Forschung, international und divers, fröhlich und herzlich und auch in Situationen wie der, die wir gerade erleben, immer optimistisch. Lassen Sie uns den heutigen Tag nutzen und uns an unsere RWTH-Geschichten erinnern. Jede und jeder wird seine eigene haben. Gewiss werden Sie bei der einen oder anderen Erinnerung schmunzeln. Wir alle ergeben am Ende die RWTH mit der von mir beschriebenen DNA. Sie sind es, die mich an dieser Stelle sagen lassen, die RWTH ist bereit für die Zukunft, bereit für die nächsten 150 Jahre. Lassen Sie uns darauf heute anstoßen. Um 20.15 Uhr zeigen wir auf unserem YouTube-Kanal unseren Jubiläumsfilm. Erleben Sie bekannte Gesichter, spannende Gäste und haben Sie viel Spaß an und mit Ihrer RWTH heute Abend und in Zukunft. Alles Gute und kommen Sie sicher durch diese Zeit.